Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Wario World für den Nintendo Gamecube. Im letzten Part haben wir die, ich glaube, dritte Welt abgeschlossen. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls dieser Part richtig scheiße wird. Es sieht so aus. Ich habe heute absolut keine Zeit, weil ich richtig viel für die Schule machen muss. Aber ich bin gerade eben aufgestanden und merke so, scheiße, ich brauche diesen Part bis morgen dringend. Und weil ich nicht schon wieder hier vier Tage aussetzen will, was ja nur leider mehrfach passiert ist, dafür ein großes Sorry. Vor allem beim letzten Part, ich hatte den gedreht und schon geschnitten und so, ich hatte nur vergessen, den hochzuladen. Ich, Idiot. Ja, und jetzt brauche ich dringend diesen Part und deswegen muss ich das jetzt so durchgerusht wie möglich wahrscheinlich machen. Aber ich gebe mir natürlich trotzdem Mühe, euch hier einen schönen Part zu präsentieren. Ich bin übrigens auch sehr gespannt auf diese Welt, weil so eine Strandgebiete mag ich eigentlich immer übelst. Oder eine Mirror Mansion halt. Strand scheint ja echt erst, der muss so rein oder so. So. Jetzt gucken wir uns hier mal von vorn an. Oh, das ist eine Katze, wie süß. Auf Wiedersehen. Okay, gucken wir erstmal hier runter. Ach du Scheiße. Ich werde hier noch nichts kaputt machen. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern ich die oben vielleicht doch noch brauchen werde. Okay, aber das... Das hier scheint ja schon der richtige Weg zu sein, oder? Ja, sieht ganz so nach aus. Wir gehen mal lieber nochmal oben lang. Hoch. Danke. Okay, aha, bonjour. Hi. Das ist Mirror Mansion. Es gibt Bereiche hier, wo du nur deine Reflexion in den Mirroren hast. Nein. Oh mein Gott. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Na dann. Hallo. Dann gehen wir doch nochmal von der Seite hier ran. Hallo. Erstmal hier rein. Danach drücken wir den Schalter. Sicher ist sicher. Oh Gott. Drei. Ne. Ach du Scheiße. Das ist ja hart. Ich glaube, das zeichne ich mir mal eben mit. Äh, Zettel. Hier. Und... Ach komm. So. Also, das ist... Wir haben hinten fünf und vorne fünf. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, gut. Ich hab's mitgeschrieben. Haha, ich bin der Pro. Der Pro-Pro-Pro. Also, eins. Ähm, zwei. Drei. Vier. Ich glaub, das ist sogar ein bestimmtes Muster. Irgendwie. Aber... Ich komm nicht ganz drauf wie. Sechs. Sieben. Ja doch, wow. Einfach hinten von rechts und vorne von links durchgehen. Okay, das war eigentlich sogar ein ziemlich einfaches Muster. Jetzt im Nachhinein. Draufblickend. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Aber ich brauch meine Hilfe. Ich bitte... Und hier. Haben wir Münzen. Okay. Sehr gut. Das lief doch ganz gut. Nein. Haha. Oh, Mann. Das Ding ist respawned. Das ist nicht euer Ernst. Das konnte ich nicht ahnen. Also, bitte... So, bitte einmal weg mit euch. Und jetzt wird hier gedreht. Mit dem Maß... Wow. Das Ding hat das irgendwie sogar direkt gedreht. So hart ist das. Mensch, Mensch, Mensch. So. Äh. Okay. Das ist ja ein... Ach, da ist der Mirror. Okay, ich verstehe jetzt langsam. So. Danke für den Spiegel. Das bedeutet, ich werde jetzt hier einen dieser Dinger snacken. Aua. Mein Kopfschutz, leck in dir. Nein. Oh Gott, ich hau einfach drauf. Ich glaube, das ist effizienter. So. Jetzt gehen wir hier hoch. Und jetzt gehen wir hier rein. Das ist eigentlich ganz cool mit dem Spiegel. Das hier ist allerdings nicht so cool. Ey, ich hab hier gerade mal keine 30 FPS. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schwer hier. Es soll halt nur verwirren. Oh. 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 Ich muss gestehen, ich hab mir das leichter vorgestellt. Nein. Also ich weiß, wie es funktioniert, aber das ist echt ganz schön nervig. Es wird doch echt irgendwie ein bisschen schnell. Für meinen Geschmack. Und mein Spiel hängt okay. Mann, komm schon. Oh, das ist echt ganz schön nervig gerade. Ich war im vorletzten. Komm schon. Der springt wieder nicht. Jetzt springt das wieder an. Oh, Leute. Und wieso rutscht der immer nach vorn? Wirklich. Ich probiere es jetzt noch zweimal onscreen. Danach mache ich es offscreen. So lange, bis ich es halt geschafft habe. Okay. 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 Boah, ganz kurz Pause. Hier sitze ich in Save State. Aber den kann ich nicht auf dem... Da. Huuu. Aber knapp. Knapp, knapp, knapp. Ja. Tschüss. Das tue ich mir nicht nochmal an, ey. Gleich mal Save State, dass wir das geschafft haben. So, Spiegel sagt Hallöchen. Okay, hier ist eine Leiter. Ja. Okay. Und endlich sind wir wieder erstmal aus der Spiegel-Geschichte raus. Bin ich eigentlich auch ganz froh. Auch wenn es cool ist. Aber so hier weiterspielen ist... Ach du Scheiße. Eigentlich auch ganz cool. Ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Gut. Oh nein. Ich sehe leider gerade, was das ist. Und es gefällt mir nicht. Würdest du bitte denn noch losmachen? Oh Gott. Keine Ahnung warum, aber es gefällt mir echt irgendwie gar nicht. Terrible Portrays hanging on the wall will extend their hands to try... Oh Gott. Ist hier ernsthaft Abgrund? Ich dachte hier wäre eine Wand und bin ganz locker easy extra durchgegangen. Aber es ist cool, dass hier endlich mal keine 30 FPS sind. Dadurch ist sogar dieser Raum gar nicht mal so unangenehm. Aber unangenehm ist er trotzdem, weil er einfach nervig ist. Und man ein paar Münzen halt verliert. Weil man ständig irgendwie ins Wasser rutscht. Ist ja so, Wario fliegt ja nirgends hin. Der rutscht ja einfach immer 100 Meter weiter. Das ist so nervig. Und wahrscheinlich ist einfach die letzte Kiste, die ich... Es sind noch drei Kisten übrig, ja? Eins. Komm schon. Oh, es ist wirklich die letzte Kiste. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Ich hätte jetzt gern trotzdem noch schnell die... Den Schalter hier. Oh, die... Aber hey, ich habe den Schalter. Jetzt sind es vier. Waren ja schon immer vier? Nee, waren aber nur drei. Schutz. So, ich gucke lieber nochmal, ob es den Schalter jetzt wirklich aktiviert hat. Aber müsste ja eigentlich. Ja, ist runtergedrückt. Auch wenn ich in dem Sprung dann noch runtergerutscht bin. So eine blöde Kacke. Ach Gottchen, was ist denn hier los? So, und das sind die Dinger mit ihren Händen. Ach, nee. Der Spiegel muss doch irgendeine... Okay, der Spiegel hat doch keine Bedeutung. Ich muss einfach nur die Dinger hier greifen. Und dann vermutlich einfach dagegen werfen. Oder daneben werfen, alles klar. Und ich springe einfach runter. Und das kann doch nicht wahr sein, dass das hier dann jetzt noch nicht mal eine Wand hat. Ach, Leute. Ach, komm schon. Es ist... Ja, genau. Schmeiß mich halt davon weg, von der Kiste. Es ist wirklich, wirklich, wirklich äußerst nervig. Also, die Steuerung von dem Spiel ist echt richtig scheiße. Das muss ich mal gestehen. Das ist richtig scheiße. Na komm. Was? Wieso nicht? Wo muss ich das denn dann gegenwerfen? Gegen die Hände, oder was? Na toll, jetzt kommen wieder die nervigsten Mänen hier. Hat auch nichts gebracht, ne? Ja, wo... Hä? Dagegen habe ich doch jetzt probiert. Und es hat auch nichts gebracht, ne? Bringt nichts. Im Spiegel sehe ich auch nichts, was mir helfen könnte. Toll, macht schon wieder richtig Spaß, hier herauszufinden, wie das geht. Gegen die Tür wahrscheinlich auch nicht einfach. Also wanden wir nicht. Okay. So. So. Ob ich im Internet nachgeguckt habe? Äh, ja. Sorry, aber wie gesagt, ich habe, ich habe gesagt, ich habe in diesem Part wirklich gar keine Zeit. Und das ist wirklich, wirklich so. Und das war jetzt halt sehr blöd. Dass ich dann jetzt an so einer kleinen Mini-Kacke hier hänge. Und tschüss. So. Ich habe außerdem gesehen, dass es auch irgendeine Taste gibt, mit der man, äh, Dinge einsaugen kann. Also indem man dann so... Also da macht Wario dann so... Und saugt dann alles um sich rum ein. Aber ich weiß nicht, wie man das macht. Keine Ahnung. So, eigentlich habe ich hierauf gar keinen Bock, aber natürlich mache ich es trotzdem. Natürlich mache ich es trotzdem. Das sieht doch schon wieder richtig spaßig aus. Genau wie meine HP, die sehen... Ist klar. Die sehen auch richtig spaßig aus. Und wenn... Wirklich... Es ist wie, als wäre jeder einzelne Block hier aus Eis. Es ist so nervig. Und vor allem dann springt ihr nicht von der Kante ab. Habt ihr gesehen, wie er gerutscht ist? Oder wie er hier auch gerade einfach weiter rutscht? Das kann doch nicht normal sein. Sollst du dich da ranhängen, bitte? Mann! Dann prallt er von dem Block ab, statt sich da festzuhalten. Danke. Hat er oft so rutschen? Och komm! Das ist doch nicht euer Ernst! Wirklich? Wieso rutscht er denn von allem ab? Das Spiel ist nicht schwer, aber die Steuerung funktioniert nicht. Das muss man ehrlich sagen. Er springt nicht mehr, er rutscht nur... Ohne Mist. Was soll das? So, hallo Ding. Ich nehme dich einfach nochmal mit. Vielleicht bist du noch irgendwo anders nützlich oder wichtig. Aber wahrscheinlich nicht. Ach du Scheiße. Oh! Oh Gott. Ich habe ihn befreit und jetzt wirft er mit Schlüsseln. Schlüssellöchern meine ich. Okay. Ich habe ihn befreit. Okay, Leute. Weiter geht's. Gut, dass mein HB so gut dabei ist. Oh ne. Ich dachte schon. Okay, jetzt kann ich wieder im normalen Bild gucken. Und Bonjour, Mister. Dessen Hilfe ich jetzt gerade ganz gern hätte. Die denken sich aber auch immer eine neue Version für diesen Shit hier aus, ne? Finde ich ja gut, finde ich gut. Wow, wie es nicht getroffen hat. Nein. 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 Tschau. So, was wird hier so auf mich warten? Ach du heilige Scheiße. Oh, hi. Wäre ich jetzt erst da hochgegangen und hätte dann da unten die Truhe gesehen, das wäre wahrscheinlich ein Ausraster pur gewesen. Ne, das wird jetzt richtig lustig, ja. Hier setze ich jetzt Safe States, immer wenn ich an so einer Station angekommen bin, glaube ich. Okay, das ging jetzt eigentlich nur der erste Step war ein bisschen uhr. Okay, ist das jetzt wieder sowas mit der Kombination? Nein, zum Glück nicht. Oh Gott. Ach, die kleinen Dinger hier mag ich immer, die, die keine silberne Tür haben, das ist alles immer noch so schön ruhig. Oh ne. Oh, baum. Nächste Runde, danke. Ja, brauchte gar nichts zu tun hier. Das wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich einen Wirbel machen, aber ist egal. Na, kommt schon. Nächste Runde. Und nächste Runde. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Äh, was, der ist jetzt sogar wieder aufgestanden, das ist doch auch nicht sein Ernst, oder? Komm, stirb einfach, okay? Danke. Kommt rein, Kleine. Kommt rein, Kleine, liebe Leute. Ja, du auch. Genau, du auch. Ja, doch, das lief ganz gut. Bling, 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 bling. Jetzt fragt sich nur, ist das hier hinten jetzt ein Secret, oder ist das einfach nur ein leerer Raum? Okay, nur ein leerer Raum, wie es scheint da auch. Und hier dann wahrscheinlich auch. Natürlich. Okay. Ich mag das nicht, das gefällt mir nicht. Nein, nein, nein! Monsters can be seen only in... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Okay, komm ich bis da oben ran? Wahrscheinlich nicht, hä? Nee, natürlich nicht. Okay. Will ich darüber, ich weiß es nicht. Du drehst nicht direkt wieder um, alles klar. Ich will da oben an das goldene Teil, das ist schließlich mein Arm. Ich meine, ich werde das hier eh nicht zu 100% schaffen, aber... Aber hey. So viel wie möglich. Oh, nee. Nee. Nicht schon wieder so ein Ding. Ich komm wohl nicht drumrum. Tschüss. Oh, nee. Ich kann gar nicht direkt in die Mitte. Ich muss ernsthaft diese ganze Runde hier machen. Aber das ist ja richtig witzig schon wieder. Habt ihr diesen Dodge gesehen? Habt ihr diesen Dodge gesehen? Das ist so, das ist so unfassbar nervig. Ich geh jetzt links lang. Ich mach's offscreen. So, ich bin jetzt fast in der Mitte. Ich bin jetzt, wie angekündigt, einfach links lang gegangen. Oh Gott. Links lang war vergleichsweise sogar echt einfach. Nein, 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 nein. Okay, Gott. Hallöchen. Und, oh Gott, wenn ich da jetzt runtergeflogen wäre... Wäre auch nicht so schlimm gewesen. So, und hier oben müsste es zu dem Goldteilchen gehen, oder? Ja. Sehr gut. Warum hat er losgelassen? Warum hat er losgelassen? Und warum habe ich mein Safe-State hier gehabt? So. Nochmal. Hoch. Ran. Safe-State setzen. So. Gut. Diesmal lässt er wenigstens nicht los. Danke für meinen Arm. Und jetzt endlich links lang. Nein. Beweg dich. Beweg dich, mein Sternzeichen. Mhm. Das ist doch bestimmt noch nicht alles hier. Natürlich nicht. Äh. Hätte ein bisschen in die Hose gehen können, aber ist alles okay. Nee, ist alles okay. Hall. Hall. Hier sind schon wieder so viele Spiegel. Und Moment mal. Sorry, ich muss nochmal zurück. Ich habe ja gerade den dunkelblauen Schalter aktiviert, ne? War der dunkelblaue Schalter nicht da unten? Oh, hallo. Grüne Truhe. Mit Fenstern. Aber war der, die dunkelblaue, ja doch, doch war sie. Die war hier rechts irgendwo. Ich glaube, ich glaube, am Ende von dem Ding. Ja, genau. Rutsch in die Stacheln. Es ist so schlimm, wie er überall reinrutscht. Ich verstehe es nicht. Wenn das hier eine Schnee- und Eiswelt wäre, okay. Aber er ist da ja weniger gerutscht als hier teilweise. Habe ich so das Gefühl. Wartest du nicht, hallo? Okay, fast. Immerhin habe ich noch ein halbes Herz. Das war nicht gut. Er ist schon wieder einfach da reingerutscht. Ne, ne, komm, komm, komm. Also okay, wenn ich den an irgendeinem Gegner oder so verliere. Also ich verliere das halbe Herz ganz bestimmt eh noch, bevor ich zum nächsten Knoblauchgei komme. Aber nicht, wenn ich verpackt in die Stacheln rutsche. Also sorry, aber nie. Oh nein, nein. Nein. Ich brauche dich, kleiner Mann. Warum nimmst du hier nicht auf? Keine Ahnung, was genau mir das jetzt gebracht hat. Aber irgendwas wird es mir schon gebracht haben. Hallo. So, nochmal drehen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das, was auch immer da war, inzwischen schon wieder zu ist. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie hinkommen. Ach, komm schon. Ach, diese Steuerung verhindert es. Natürlich verhindert diese Steuerung das. Ah, speichern. Vorbei, ein Mr. Garlick. Ich werde nicht sterben. Zumindest erstmalig. Komm schon. Danke. Und zwei noch. Fast geschafft. Hier, nimm das. Danke. Safe State. Weiter. Oh Gott, es will dein Luftschiff. Nein. Nee. Ich gucke erstmal nochmal, was auf der anderen Seite ist. Hier fehlt mir was. Oh, nicht schon wieder so. Ich habe schon wieder richtig die Lust auf das Ding hier unten. Oh Gott. Soweit, so gut. Okay, ich sollte wieder nach jeder Stufe einfach speichern. Oder auch nicht. Komm schon. Das war ein bisschen zu früh. Mann, ist das nervig. Okay, auf zur nächsten. Zur nächsten. Zur nächsten. Danke. Oh, das waren alle Goldteile. Warte, Moment mal. Das waren alle Goldteile? Das ist erstmal sehr gut, weil mehr Heilung ist immer super. Aber wie viele Schätze fehlen? Nee. Drei fehlen mir. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das nichts mehr wird. Moment mal. Gib mir hier mal bitte so einen großen. Hier. Wenn ich jetzt direkt mit so einem in diesen Türbosskampf gehe, habe ich doch praktisch schon mal einen Hit direkt sicher, oder? Warum hat der den jetzt gewirbelt? Mal ohne Mist. So, machen wir nochmal. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Oder hier. Ich nehme das mit. Macht mich zwar jetzt gerade unendlich langsam, aber... Nee, macht es sogar gar nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber er fängt gerade einfach an, es zu wirbeln. Das gefällt mir nicht. Hör auf, es zu wirbeln. Das hat nicht funktioniert. Ernsthaft. Na dann nicht. Achso, weil der wahrscheinlich dann nicht so nach oben schießt. Ich verstehe schon. Wäre trotzdem cool, wenn er mir dann mal wieder einen neuen spawnst. Wäre ganz cool. Okay. Immer noch nicht. Okay. Das letzte Mal war es bei zwei Stunden K.O., diesmal nicht. Jetzt mach schon, bitte. Am schlimmsten ist es dann einfach, wenn man warten muss, weil er einfach nichts Neues spawnt. Danke. Wie ich anfange, dieses Spiel zu hassen. Nein, nein, nein. Bringst du mir irgendwas? Nein. Voll. Ich glaube, das lilane Ding hatte ich auch schon gesehen. Aber das war doch... Das ist schon ganz lange her, oder? Darum ist der pinke Schalter. Und da... Da trifft mich dann jetzt wahrscheinlich doch mein Collector-Wahn. Oh, hier ist das Ende. Wie viel von den Diamanten? Sorry. Mir ist da sowas runtergefallen. Ich habe ja wahrscheinlich auch alle Diamanten, wa? 8 von 8, ja. Gut, dass man hier so gut zurückkommt. Sag mir jetzt nicht, man muss hier jetzt ernsthaft den Ballon benutzen, um nur diese Stufe hier nach oben zu kommen. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Oder muss ich vielleicht das machen? Vielleicht? Na, na, na. Sehr gut. Dann... Nein. Nein. Ach, hör doch mal auf. Bitte. Bitte. Lass gut sein. Jetzt holen wir uns das nämlich noch schnell. Die pinke war doch hier jetzt erst irgendwo, oder? Ich glaube schon nicht. Safe State sicher ist selber nochmal. Ah, die war doch hier erst. Oder bin ich da schon rund? Ne, 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 ne. Die ist nämlich hier. Danke. Ja, die Lilane ist dann wahrscheinlich ein bisschen weiter weg, aber ganz hoch gehe ich jetzt nicht nochmal. Das... Das könnte vergessen, sage ich. Das sage ich euch, wie es ist. Cool. That worked. Ja, gut. Ich gehe lieber erstmal hier rein. Bevor ich mir die ganze Heilung hole. Ich sehe. Ich sehe es schon über mir. Ja, ja. Minensibla. Er hat mir wahrscheinlich einen Tipp zum Boss gegeben. Deswegen schaue ich es mir doch nochmal an. Eine Truhe fehlt mir. Mist. Und ein so ein Ding. Don't give up if he doesn't show himself when you hit his cup. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und das gefällt mir nicht. Oh. Wow. Ich habe es sogar geschafft. Beim ersten Versuch. Mann, bin ich Gott? Ich bin ja sowas von Gott. Habt ihr gesehen, wie ich das gerade einfach gebackst habe? Gut, dann machen wir noch schnell den Boss und dann war es das mit dem Part. Liebe Leute. Wer schreibt mich eigentlich die ganze Zeit an? Achso. Gut, darum kümmere ich mich gleich. Aber erstmal schnell. Der Boss hat natürlich jetzt oberste Priorität. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war ein Wirbelangriff. Ich will nicht, dass du deine Kap... Nein. Mitte. Mitte. Arschloch. Da hast du ganz vergessen, mein Kleiner. Ich muss sagen, der ist ganz schön cool. Schade. Ich wünsche, er hätte jetzt Energie verloren, als er da gerade runtergegangen ist. Mitte. Links. Mitte. Links. Mitte. Links. Der versucht immer wieder die gleichen Tricks. Aber das ist eigentlich auch echt ganz cool. Wäre auch mal so eine Strategie. Bei sowas dann einfach oben einen Magneten ranzupacken, die Münze unter einen bestimmten zu legen. Und dann einfach... Ja. Okay. Und dann einfach... Ja, die Münze da anziehen zu lassen und dann sagen... Nö, nö. Hier unter dem Kap ist nichts. So, noch zweimal. Jetzt wird es wahrscheinlich schneller. Das wird wieder richtig lustig jetzt. Na was, kleiner Mann? Was? Was, kleiner Mann? Aua. Ne. Ach komm, da bin ich jetzt ausgewichen. Also bitte. Okay, jetzt wird es nochmal richtig hart. Oh, ich habe ihn an einer Stelle verloren, aber ich glaube, es ist hier. So, komm, letztes Mal schaffen wir. Schaffen wir. Mann, so schnell kann ich doch gar nicht ausfächen. Okay, jetzt wird es richtig hart. Ja, genau, wie viel Schaden machen die denn? Die haben jetzt mit einem irgendwie zweieinhalb Herzen abgezogen oder so. Was war das denn jetzt? Ich hätte den locker noch geschafft mit der HP, aber die Viecher... Drei von den Viechern, also als ob... Ja, natürlich möchte ich weitermachen. 500 Münzen! Keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Jetzt muss ich euch raten, glaube ich. Oh Gott, man kann hier runterfallen. So, weg mit euch. Mit dir auch, mein kleiner Mann. Ne. Keine Ahnung. Also wirklich, das ist... Die letzten Male habe ich noch einigermaßen gesehen, aber das ist jetzt einfach zu schnell. Na los geht's unter deinen scheiß Cup. Geht doch. Diesmal habe ich sogar wirklich gesehen. Also das war jetzt... Nicht mal Glück. Zum Glück. Zum Glück war das nicht mal Glück. Okay, was gesiegt. Die letzte Phase war doch ein bisschen nervig. So schnell sind meine frisch aufgestandenen Augen da noch nicht. Man muss ja bedenken, ich bin ja vor knapp 40 Minuten aufgestanden. Ich glaube, der Part ist bisher 30 Minuten lang. Also 10 Minuten oder so nach dem Aufstehen habe ich ja direkt hier angefangen. Danke. Kriege ich mein halbes Herz? Danke. Und damit, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part oben in dieser komischen Pyramide wieder. Yay. Und ich würde sagen, bis dann und ciao. Oh. Hallo. Vielen Dank.